ja und herzlich willkommen zurück zu angerfoot weiter geht's mit level 8 das läuft ja bombig passiv erst schließt das level ohne ein gegen zu töten ab sogar einen absender töte einen gegen mit einer weggetretenen granate jetzt kommen auch granaten hinzu ok was 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 Wow, nice. Okay, der hat sich selbst getötet, sehr gut. Die sind alle entzettet, ohne dass ich was gemacht habe. Schade, von hinten kann man den nicht wegnehmen, nee. Das war doch der letzte, naja, gut. Wahrscheinlich keins von allen. Und doch, okay, nice. Weiter geht's. Level 9. Heissblutkonzern. Nur mit Dritten ab oder 18 Schläge mit Kopfschutz töten. Schauschutze. Mal schauen. Wenn Schleimbeutel vorbeifliegt, wackelt das ganze aus. Er feiert ne Party auf dem Loch. Ich würde ja hingehen, aber ich habe Höhenangst. Und Helikopterpanik und Partyhorror auch. Hey. Alle sagen, dass mein Essen stinkt. Ich verstehe es echt nicht. Was kochst du denn? Kannst du wieder so ein Level? Ne, ich liebe diese Sendung. Sie ist so lebensnah. Finde ich auch. Bin ganz dankbar. Wie kann man denn da hinten hin? Oh. Shit, sorry. Ich habe schon jemanden getötet von euch, ne? Glock Junior. Ab ins Bett. Ach, sie werden so schnell groß. Glock Junior. Glock. Gib mir dein Geld. Du bist die Mom, oder? Der hat ja selber schon Geld. Der hat ja selber schon Geld. Die Graue Eminenz hat es echt drauf. Er ist die Zukunft des Verbrechens in Scheisshausen. Okay, das war ein Boss für den Schiff. Gut, die Wohnung ist zerlegt. Da lebt so ein Weirdo in unserem Schrank. Der stiehlt nicht mal von uns. Was für ein Psycho. Das ist der wahre Psycho. Oh. Hey. Ich lebe seit sechs Wochen. Sechs Monaten in diesem Schrank. Niemand weiss, dass ich da bin. Naja, einer schon, aber der ist dead. Wie du auch. Ne. Will ich nicht sehen. Holy Shit. Wow. Wow. Okay, das waren die. War auch wieder sehr knapp. Okay. Junge, Junge. Junge, Junge. What the fuck. Ah, David. 7 von 60 vor allem erst. Was ist das bitte für ein... Für ein wilde... Einfach vier Toiletten in einem... In einer Kabine. Einfach vier. Oh. Ich habe mich an der andere Seite hier. Danke. Oh. Shit. Das war knapp. Die sind ja crazy. Ich sehe schon, wir werden hier immer mit Gegner... Ähm... Konfrontiert. Wow. Und vertraut gemacht. Ich habe wahrscheinlich nichts geschafft. Aber egal. 39 ist sehr gut. Als andere... Nope. Klar. Weiter geht's. Und Level 10. Eastbrook Apartments. Barfüßler ohne Schuhe zu tragen. 25 Schläger töten mit Explosionen. Okay. Ich frage da mal nicht, was das sein soll. Shit. Gott. Hohly Smogs. Oh. Hast du dich. Das Game Crap, what the hell is das hier für so exigend? Einfach ein DJ Ich glaube wir haben vorhin ein paar andere Türen übersehen Warte kurz mal Okay, hier geht's gar nichts, ich habe bloß nicht nachgeschaut, okay Das ist einfach bloß crazy Holy Shit Ja kommt mal her Ich helfe euch mal Das ist so crazy shit das hier abläuft Ah da sind noch andere Türen Das kann ich mir doch nicht vergehen lassen Okay Falsch Da lang Ich glaube wir wären fast am Ende gewesen Da ist nichts drin Gut Ach du Scheiße Ich möchte bloß ein bisschen versuchen Ein paar Dinge Ach fuck Jetzt möchte ich zu viel Jetzt möchte ich zu viel Letztes Okay. Gib mal kurz die Waffe. Danke. Das waren die. Das war 11. Shit, 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 shit. Irgendjemand die Waffe bitte? Okay. Was hier schauen? Nope. Was hier? Okay, das war das. Was ist das? Ich kann nacken. Wer ist denn echt? Oh, nice one! Ich glaube, das war's. Alter, alter, alter. 50 Gegner. Zwei Sachen gemacht. Nice. Und durchs Widersagen. Das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss!